Tierkreuzigungen am Stephansplatz und wir machen unsere Terrasse fit jetzt im Magazin. Willkommen zum Kurier-TV-Magazin. Mit einer Aufregeraktion sorgt heute der Verein gegen Tierfabriken am Wiener Stephansplatz für Aufsehen. Es soll wieder mehr Bewusstsein für das Leid der Tiere geschaffen werden. Judith Thieber war für uns mit dabei. Du sollst nicht töten. Mit dem fünften Gebot der Bibel wirbt auch der Verein gegen Tierfabriken. Kurz VGT, heute Mittwoch in der Wiener Innenstadt. Gleich neben dem Stephansdom wollen die Aktivisten mit der Kreuzigung von Schwein, Rind und Huhn Aufmerksamkeit schaffen. Nicht ohne Grund, auch mitten in der Karwoche. Es haben Leute von uns so Kreuzwege gesehen und haben sich gedacht, hoppala, das erinnert mich irgendwie an den Leidensweg der Tiere. Weil so ein Kreuzweg hat ja viele Stationen, sehr viele grausame Stationen, wo ihm Jesus gequält wird und am Schluss wird er umgebracht. Und bei den Tieren ist es eigentlich auch so. Ihr ganzes Leben ist eigentlich eine einzige Tortur und besteht aus verschiedenen Stationen. Und jeder bedeutet eigentlich Leid und am Ende steht ein grausamer Tod. Und das hat uns eigentlich dazu gebracht, es anlässlich zu Ostern so eine Aktion zu machen. Plus es wird zu Ostern sehr viel Fleisch gegessen. Es gibt dann Osterschinken, es gibt das Osterelamm und es gibt eben die Ostereier. Und dann haben wir uns gedacht, da müssen wir irgendeinen Gegenpol machen und müssen aufzeigen, wie die Tiere eigentlich leiden für das Osteressen. Auf den beliebten Osterschinken, ja selbst auf die Ostereier, soll laut dem VGT verzichtet werden. Wo bleibt dann am Ende die Tradition, die vor allem für Kinder bedeutsam ist? Zum Beispiel auch Räuchertuffo oder Seitan, da kann man dann auch so eine Art Osterschinken damit machen. Und dann hat man ein Osteressen, ohne dass ein Tier für ihr leiden und sterben muss. Wenn man eben nicht zum Mindeststand greifen will, wäre im Bio-Freiland eine Alternative. Oder diese sogenannten Wanderhühner, wo eben die Weide immer wieder verschoben wird. Oder auch pflanzliche Alternativen. Also es gibt schon pflanzlichen Eieraufstrich, es gibt mittlerweile sogar Produkte, wo man Eierspeis draus machen kann, wo man Spiegeleit draus machen kann. Also selbst da gibt es beim Ei schon Alternativen. Und auf diese Alternativen macht der VGT mit brutalen Fotos und aufsehenerregenden Inszenierungen mitten in der Innenstadt aufmerksam. Und stößt dabei auch auf lauten Widerstand. Jesus ist kein Schwein. Alle Tiere haben recht, ja. Weil Jesus. Aber ihr könntet nicht Jesus als Schweine geben. Ja, das bringt zum Nachdenken natürlich. Das ist eine krasse oder drastische Form von Meinungsäußerung oder von einem Thema präsentieren oder genau auf ein Thema verweisen. Und das regt mich selber zum Nachdenken an. Genau. Also ich werde da sicher mit meiner Frau nachher drüber reden. Ich finde, nein, ich finde dich schon lustig. Sorry. Warum? Habe ich noch nicht gesehen. Also das Leid haben Sie noch nicht gesehen, der Tiere, oder wie? Nein, so eine Show habe ich noch nicht gesehen. Was macht das mit Ihnen? Wie gesagt, ich bin amüsiert. Ich finde es super, dass es so engagierte Leute gibt, die sich für die Tiere einsetzen. Ich glaube, dass vieles Tierleid einfach in Österreich noch sehr versteckt ist. Und man sagt immer, Tiere haben keine Stimme. Sie können selber nicht für sich aufstehen und sich stark machen. Deshalb muss es Menschen geben, die das für sie tun. Und deshalb finde ich die Aktion total super. Während laut VGT am besten auf pflanzliche Alternativen zum Osterei gegriffen werden soll, stellt sich die Frage, wieso hinter einem Osterei eigentlich das Leiden eines Huhnes steckt. Immerhin ist dies doch das Normalste für einen Huhn. Bei allen Hühnern, außer bei Bio, werden auch die Brüder umgebracht. Also in Österreich alleine werden 9 Millionen Brüderhähne vergast mit CO2-Gas. Und das wollen wir da eben aufzeigen, dass auch das Hühnerei nicht tierfreundlich ist, sondern auch viel Tierleid bedeutet. Das Käfigei haben wir eben zum Glück schon verboten. Aber auch Bodenhaltung ist noch keine ideale Haltung. Da eben, wenn es unbedingt Eier sein müssen, dann im Bio-Freiland oder diese Wanderhühner. Auf die Ostereiersuche müssen sie für ihre ersten Schritte zum Tierwohl also nicht verzichten. Mit Tierwohl gemeint ist unter anderem... Also zum Beispiel bei den Schweinen, dass die Schweine mehr Platz haben, dass die Schweine einen Außenbereich haben, dass sie Stroh haben. Oder bei den Hühnern, dass man langsam wachsende Rassen verwendet, die eben nicht nach 30 Tagen geschlachtet werden, sondern nach 70 Tagen. Also es kann eben auch die Landwirtschaft profitieren. Was klar sein muss, Tierfabriken heißt ja nicht, dass es viele Bauern gibt. Also je größer die Tierfabriken sind, desto weniger Bauern gibt es. Und je kleiner die Bauernhöfe sind, desto mehr Bauern braucht es. Also auch aus Sicht der Bauern kann Tierwohl durchaus eine Chance sein und kein Risiko, keine Gefahr. Ob es eine Chance auf gewaltfreie Schlachtung, Fleischverzehr ohne Massentierhaltung oder generell ein großes Umdenken beim Thema Fleischkonsum geben wird, sei dahingestellt. Doch eines ist sicher. Auf Tierprodukte selbst wird das Land in nächster Zukunft sicher nicht verzichten können. Protestaktionen hin oder her. Denn dafür müssten erst Umstellungen im ganzen System erfolgen. Wir schauen rein in das aktuelle Profil und das tun wir heute mit Profiljournalistin Angelika Hager. Schön, dass du da bist, Angelika. Danke für die Einladung. Es geht diesmal um die Großbaustelle Wohnen. Warum ist das eine Großbaustelle? Weil sich dramatische Dinge da ereignen. Es ist wirklich tatsächlich so, dass fast eine halbe Million Haushalte im Mietrückstand ist. Das ist eine Zahl, die mir die Volkshilfe gegeben hat. Dass die Delogierungen um 20 Prozent angestiegen sind. Und dass die Präventionsstellen und Sozialberatungsstellen von den Hilfsorganisationen wie Diakonie, Caritas, Volkshilfe überrannt werden. Also die haben Steigerungen von 50 bis 100 Prozent, weil die Menschen einfach ihre Miete nicht zahlen können. Und es geht jetzt nicht mehr nur um die Energiekosten, weil es gibt ja auch Essen oder Heizen, diesen Spruch mittlerweile. Es geht einfach darum, dass man die Miete, die sich immer stetig erhöht und nicht gedeckelt wurde, wie man weiß. Die Mietpreisbremse ist ja nicht von der Regierung verabschiedet worden. Und dass Wohnen einfach nicht mehr nur ein Grundbedürfnis, sondern zu einer Luxussache wird. Und man muss eines dazu sagen, es trifft jetzt nicht mehr nur diejenigen, die sowieso schon ohnehin chronisch unterbezahlt sind, sondern auch jetzt wirklich die Mittelschicht, den Mittelstand. Das hat mich eigentlich wirklich schockiert. Ich habe mit einigen Betroffenen gesprochen, die quasi so Menschen sind wie du und ich. Also mittlere Mittelschicht würde ich sagen und die sagen, sie müssen sich Untermieter reinnehmen, sie müssen ihre Ersparnisse anzapfen, die eigentlich für die Pension gedacht werden und sie können sich einfach diese eklatanten Preiserhöhungen nicht mehr leisten oder müssen sich eben verkleinern. Aber verkleinern kostet der Umzug auch wieder. Man muss Maklerprovisionen zahlen. Also es ist eine Situation, die nicht sehr erfreulich ist und ein nahes Ende ist nicht absehbar. Und du hast auch mit einigen gesprochen, auch anonymisiert, wo sich wirklich Tragödien abspielen. Tatsächlich auch wirkliche Tragödien, wo eine Mutter, ein Fall, den die Caritas an mich weitergeleitet hat, eine Mutter sagt, sie kann am Supermarkt nicht mehr die Dinge, die sie einkauft, bezahlen, weil die Preise so wahnsinnig hoch sind. Sie hat eine vierjährige Tochter, ist Alleinerzieherin. Sie muss jetzt einen 40-Stunden-Job annehmen, dann wird wieder das mit der Kinderbetreuung sehr schwierig. Also es ist ein dringender Handlungsbedarf und eine Mietreform gefragt. Und diese Einmalzahlungen, die wir jetzt durch den Wohnschirm haben, wo alle Hilfsorganisationen sagen, das ist eine gute Einrichtung und das hilft sozusagen gerade jetzt in dieser, wenn es brennt, das ist gut, aber all along muss man Strukturreformen schaffen. Also ich habe mit Klaus Schwertner von der Caritas Wien, Erich Fenninger von der Volkshilfe geredet und es ist wirklich so, dass vor allem auch junge Leute betroffen sind. Also wir haben 20.000 Obdachlose, auch eine sehr große Zahl. Das ist aber sozusagen die offizielle Zahl. Die Dunkelziffer an Obdachlosen kennen wir nicht, die wird viel größer sein. Und Klaus Schwertner sagt zum Beispiel von der Caritas Wien, dass sehr, sehr viele unter 30 sind. Also 65 Prozent dieser jungen Menschen, die keine Bleibe haben, sind unter 30. Und Erich Fenninger, der auch sozialmäßig forscht, sagt, dass natürlich 1,4 Menschen, momentan sich Millionen Menschen in Armut befinden. Eine drastische Erhöhung der Kinderarmut. Und dass viele Studien zeigen, dass diese Kinder, die in Armut aufwachsen und auch dadurch eine gewisse Isolation erleben, die Arbeitslosen von morgen sein können. Also da ist dringender Handlungsbedarf gefragt. Und sozusagen auch, dass man ein bisschen weiter über den Tellerrand schaut in die nächsten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, um da eine Armut in einer reichen Industrienation abzufedern. Also es sind wirklich dramatische Entwicklungen, die sich da derzeit abspielen. Und das spiegelt sich mittlerweile sogar im Immobilienmarkt wieder. Also im Immobilienmarkt der gehobenen Sorte spiegelt sich das auch wieder. Also das Kaufverhalten ist weitaus reduzierter. Die Verunsicherung macht sich breit, sowohl bei Vermietern oder auch bei Käufern und Verkäufern. Andererseits, und das ist die positive Nachricht, die ich bei dieser Geschichte herausgefunden habe, weil man muss ja seinen Lesern auch was Positives bieten, dass der Mietmarkt im mittleren Preissegment, Altbau und so weiter, breiter und auch ein bisschen günstiger geworden ist. Der Immobilienhändler Eugen Otto hat das so genannt, man muss sich jetzt nicht mehr bei seinen Vermietern herzig machen. Das heißt, man muss nicht sagen, ich bin eh ganz brav und keine Haustiere und will auch keine Beziehungen und gehe auf Zehenspitzen abends und Kinder schon gar nicht. Sondern es ist sozusagen so, dass sich das ein bisschen gewendet hat und die Suchenden und Interessenten ein bisschen die Oberhand gewinnen oder das Heft in die Hand kriegen, was eine positive Entwicklung ist. Und eine sehr renommierte Immobilienhändlerin wie Elisabeth Rohr sagt zum Beispiel, der Markt war natürlich überhitzt, bevor die Pandemie zugeschlagen hat. Und jetzt ist sozusagen eine Abkühlungsphase, was auch von beiden Seiten als positiv empfunden wird, weil der Markt sich jetzt wieder ein bisschen selbst regulieren wird. Großbaustelle wohnen im aktuellen Profil. Angelika, vielen Dank, dass du heute da warst. Danke für die Einladung. Und wenn Sie das Glück haben, eine Terrasse zu besitzen, dann könnten Sie diese jetzt fit machen für den Frühling. Aber was kann man jetzt schon tun, was sollte man vermeiden? Wir waren unterwegs mit unserem Terrassengartler Axel Halbhuber. Bitteschön. Der Frühling ist die Zeit, um seine Terrasse wieder zu nutzen und das auf vielfältigste Art und Weise. Einer, der das Terrassengarteln perfektioniert hat, ist Axel Halbhuber. Natürlich hat nicht jeder die räumlichen Möglichkeiten wie der Kurierredakteur, aber auf die Größe kommt es nicht an. Hauptsache, man fühlt sich in seinem Outdoor-Bereich wohl und mit einfachen Mitteln wird die Terrasse zur Schönheits- und Nahrungsspende. Die Grundausstattung ist ein gewisses Verständnis dafür. Und das Verständnis kann man sich ganz einfach holen, indem man sich interessiert für die Dinge und fragt, wurscht, ob das jetzt im Gartenmarkt ist, wo man was einkauft oder beim Gärtner. Einfach einmal ein bisschen fragen und dann beginnen zu verstehen, was gut funktioniert. Den eigenen Standort gut zu kennen. Wie ist meine Terrasse? Ist die windanfällig? Ist die nach Süden ausgerichtet? Wird die sehr heiß? Kriegt die in der Nacht eine gewisse Kühle, weil ich neben der Donau bin zum Beispiel? Learning by doing heißt die Devise, um aus der Terrasse ein Schmuckstück zu machen. Man muss nur anfangen und dann aus den Fehlern lernen. Von den tatsächlichen Werkzeugen braucht man relativ wenig. Man kann mit den Händen auch graben. Man braucht Erde, man braucht einen Topf, einen gut durchlässigen, muss man immer sagen. Also das Wasser muss immer abrennen. Keine Pflanze steht gern im Wasser, außer Sumpfpflanzen. Und dann kann man eigentlich loslegen, weil so einfach das Schöne an dem Garten ist ja ein Samen, Erde, Wasser, Wärme und es wird grün. Und wenn es Nutzpflanzen sein sollen, bietet sich gerade am Anfang die Haltung von Kräutern an. Kräuter gehen ganz großartig im Topf. Vor allem auch, und damit kommen wir jetzt zum Vorteil des Topfgärtners, hat Nachteile gegenüber dem Gartengärtner, aber auch Vorteile. Ich kann mir viel besser meine verschiedenen Substrate zusammenstellen. Substrat ist einfach nur die Mischung des Bodens. Ein fetter, humusreicher Boden bietet sich für heimisches Gemüse an. Oder wenn man es exotisch will, dann mischt man sich eine trockene, steinige Erde. Die eignet sich auch für Zitrusfrüchte. Wenn ich zum Beispiel eine schöne Südlage habe, einen Topf nehme, den mit einem ganz gut durchlässigen Substrat fülle, also Erde mit viel Sand und kleinen Kieselsteinen aufgemischt, solche Sachen, dann kann ich da einen Zitronenbaum reinsetzen. Dann zieht das Wasser schön ab, so mag der das. Und wenn die Sonne schön draufknallt, wird er auch prächtig gedeihen. Und dann kommt der Winter. Und da muss ich mir überlegen, was ich mit dem mache, weil überraschenderweise mögen Zitronenbäume den österreichischen Winter eher weniger. Auch was die Möblierung auf der Terrasse angeht, sollte man sich vorher überlegen, ob man die Möglichkeit hat, Bank und Tisch im Winter schonend zu lagern. Aber in erster Linie sollen die Möbeln auf der Terrasse schön und bequem sein. Man darf nicht irgendwie sagen, das schaut toll aus, das habe ich dort gesehen. Man muss sich selber fragen, was mache ich gern. Wenn man gerne ein Buch liest auf der Terrasse, dann würde ich auf jeden Fall einen gemütlichen Platz definieren, ein gemütliches Polstermöbel finden. Wenn man sagt, ich schaue gern ins Handy auf der Terrasse, was auch okay ist, dann würde ich das auf einen schattigen Platz stellen, weil immer Sonne am Display ist auch schierig. Mit guten Ideen und ein wenig Know-how wird eine Terrasse zu einem Outdoor-Wohnraum mit Schlaraffenland. Die Kandidatensuche in der SPÖ ist das innenpolitische Thema derzeit. Wer wird die Partei in Zukunft anführen? Andreas Babler, der Bürgermeister von Treiskirchen, der hat sich letzte Woche da ins Spiel gebracht. Seine Chancen stehen gut, das Rennen um die Parteispitze für sich zu entscheiden. Heute Abend ist er live zu Gast bei Kurier-Innenpolitik-Chef Martin Gebhardt. Warum tun Sie sich den nächsten Schritt in dieser schwierigen Situation an, dass Sie sagen, okay, ich stelle mich dieser Mitgliederbefragung mit Konkurrenten wie Pamela Rendi-Wagner, Hans-Peter Toskozin? Ja, das ist eine Entscheidung, die man aus dem Innersten heraus trifft, ganz einfach. Ich bin, so wie viele Mitglieder, schon seit vielen Jahrzehnten Teil der sozialdemokratischen Familie, ganz bewusst einmal in die Sozialdemokratie eingetreten. Viele sind jetzt neu dazugekommen, aber mit denselben Motiven, dass man miteinander organisiert, für was brennt, was bewegen, wie Visionen hat. Und jetzt hat sich die Situation ergeben, dass wir gesehen haben, dass das ein kollektiver Frust geworden ist, was in den letzten Jahren, speziell in den letzten Monaten und letzten Wochen sozusagen ein Schauspiel aufgeführt worden ist, um es einmal ganz locker zu sagen. Und dass es jetzt einfach eine Perspektive geben muss, das zu überwinden, die Partei aufzurichten. Und ja, irgendwann war dann die politische Entscheidung zu treffen, ob man persönlich auch dafür zur Verfügung steht, Teil dieser Veränderung zu sein. Sie werden auch immer verortet im linken Flügel der Sozialdemokratie. Also Ihre Positionen, wird automatisch gesagt, das sind die linken Positionen. Ist das die richtige Bezeichnung? Ja, es ist immer die Frage, was man darunter definiert. Also ich habe eine Antwort darauf, also wenn links das ist, dass man sich halt einsetzt, ganz konsequent für die Leute, die sozusagen die Politik nicht kaufen können, die ihre Lebensinteressen einfach schwer durchsetzen müssen, gemeinsam organisiert. Die haben keine Lobby, haben keine politische, keine Stärke. Also wenn man nicht dafür sorgt, dass man in Österreich einfach jedem Kind ein warmes Essen garantiert, egal wie finanziell stark der Haushalt dahinter ist, ja, dann kann man gerne links dazu sagen. Sie haben natürlich auch einen Namen gemacht mit der Asylpolitik. Sie sind Bürgermeister von Dreskirchen, dort das größte Flüchtlingslager, also Erstaufnahmezentrum. Und zuerst einmal, wie ist es überhaupt gelungen, dass da die Stimmung in der Bevölkerung nicht gibt. Es war doch überraschend, weil sie ja keine harte Asyllinie verfolgen, sondern eher schauen, okay, die Menschen, die kommen, da muss ich schauen, wie integriere ich sie, wie nehme ich sie auf. Und eine Zeit lang hat die Stadt natürlich schon sehr darunter gelitten, dass dieses Flüchtlingslager überbelegt war, dass man nicht genau gewusst hat, wie wir werden aufgenommen und so weiter. Wie konnten Sie da eine Linie finden, dass das in der Bevölkerung akzeptiert wird? Ja, das sind zwei große Ansatzpunkte. Das eine ist eine humanistische Betrachtungsweise. Die steht drüber und das spüren auch Menschen. Das für mich ein großes Prinzip ist, Respekt gegenüber anderen Menschen zu haben. Das sind die Werte, die wir alle miteinander wahrscheinlich sehr stolz sind, wenn wir das schaffen, niemandem zu helfen, aufeinander zu schauen, niemanden im Dreck liegen zu lassen. Das passt vielleicht in Dreskirchen in 2015 und jetzt in den letzten Monaten dazu, dass wir das auch ganz privat weitergeben. Und ich glaube, das ist ein guter Ansatz, in die allgemeine Politik Respekt vor Menschen zu einem politischen Programm zu machen, dass es etwas Gutes ist, solidarisch zu sein und dass wir sie auch freuen würden, wenn in der Politik ein positiver Zugang ist. Schauen Sie rein heute Abend in Checkpoint um 20.15 Uhr bei uns. Sonne und Wolken waren heute im Wechsel beim Wiener Stadtpark, wie wir auf den Bildern sehen. Damit sind wir auch schon bei den Wetteraussichten für Wien, Niederösterreich und das Burgenland. Morgen am grünen Donnerstag als auch am Karfreitag wenig Änderung. Es bleibt bei vielen Wolken. Die Sonne kommt immer weniger zum Vorschein. Es bleibt aber überwiegend trocken bei jeweils bis zu 10 Grad. Morgen Donnerstag gibt es bei uns Spinat und eine Austropop-Legende wird 70. Machen Sie es gut, bis morgen. Das ist genau, bis morgen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017